große aufregung im schweinestall die haben mich in der küche schon kruseln hören jetzt kommt das magische geräusch wissen wir mal da gibt es jetzt gleich was schmerz für die schweinchen wartet mal ihr süßen ich habe ja noch eins loco muss wieder alle verscheuchen er braucht eine paprika für sich alleine ich finde diese kleinen mäulchen einfach zu geil und die geräusche dazu oh lulu na komm lulu streck dich schon ein bisschen arbeiten da und das ist bakari nimm 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 Das finde ich nicht so einfach, Sweetie, he? Boah! Marzipan, du hast das gut, du bist auch riesig. Jetzt kommt Mama. Dann habe ich schon hier was los. Jetzt kommt Mama. 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 Sollte Marzipan, du bist doch der süßeste von allen. Schubst ihn doch weg, Burg Lulu drängelt sich einfach dazwischen. Unser Einsiedler-Schwein kommt auch aus dem Loch. Die kommt immer erst, wenn es fast nichts mehr gibt. Die kommt, die ich in einem Schwein, die wir jetzt nicht mehr machen können. Und dann kommt, wenn wir jetzt noch ein... Dr. Schweineln.